Du wählst es in jeder Sekunde. Es reicht nicht einmal. Immer wieder, in jedem Augenblick, in jeder Sekunde entscheidest du dich für das Ego oder für den Heiligen Geist. Für Angst oder für der Liebe. Für Illusion oder für Wahrheit. In jedem Augenblick. Für Krankheit oder für Heilung. Ja. Ja.